. Aus Belgien, der Europameister auf dieser Strecke, Kevin Bollé. Auf der Wand vierte Braunschweig der Europameisterschaft in Barcelona. Zweiter bei der WM letztes Jahr hier in Berlin mit der 4x400 Meter Staffel aus Großbritannien, Martin Rooney. Auch mal gut, er hält den Jamaikanischen Landesrekord mit 54,40 Sekunden, Jamal González. Auch er hält den Landesrekord, und zwar den von Costa Rica mit 44,84 Sekunden, Neri Greeners. Auf der Wand sieben, das ist der zweite WM vom SC Potsdam, Thomas Schneider. Und auf der Wand acht, da sehen Sie aus Trinidad in Torego, den Falsmedaligen WM der Zierlingkeitsmeisterschaft in Berlin, Running Ball. Das ist das 400 Meter Helle in Berlin. Das ist das 400 Meter Helle in Berlin. Halt-F parachute. Das ist das 400 Meter Helle in Berlin. Das ist das 400 Meter Helle in Berlin. Das ist die Stadt Weltgeiste. Das ist die記anz already in Berlin. Aus dem Eingang, jetzt ist er, der hochgeschossene Mann ist auf dem Toro, er führt am Sommer wieder das Wettel an. Was macht der Europameister? In steigt sich Kärle Wolle, der Bädcher, gegen den Führten aus der Koinig. Klammer von Weiß ist in der Fall. Klammer von Weiß ist in der Fall. Klammer von Weiß ist in der Fall.